Blau-Gelb sind richtig geile Trikotfarben, finde ich, ne? Ich finde die aktuelle Ruhe im Verein unheilig. Die sollten mal wieder in Trinke hätten lassen. Also, ich freue mich ja, wenn es allen Thüringer Vereinen gut geht. Auf jeden Fall, ja. Diese war noch nie gehört. Ja, ist schon irgendwie schade, dass die den Tunnel bei Dorida gebaut haben. Da sieht man überhaupt nichts von der schönen Stadt. Ja, mhm. Also, von allen Spielern, von Rotweiß-Afford, mag ich ja Rolli-Hebelstein am liebsten. Saison 2004, 2005, war da was? Also, ich fand die Flutlichtmassen eh total hässlich. Jetzt ist das Stadion viel schöner und offener. Und dieses Jahr ist der Aufstieg drin. Auf jeden Fall. Beim Dörfling, finde ich, soll immer die bessere Mannschaft gewinnen. Also, da bin ich richtig Sportsmann. Auf jeden Fall. Das Geile ist, auch in stürmischen Zeiten hielt der Verein zu seinem Trainer. Ja. Damals 81 im Europapokalfinale. Das interessiert doch keine Saison mehr. Kann Berghausen? Na, nie gehört. Keine Ahnung. Freunde RWE Freunde RWE Freunde, Freunde, Freunde RWE Bis zum nächsten Mal.